So, hier haben wir schon mal ein Pad rausholen. Ich spiele natürlich wieder mit Pad. Umkabel agieren. Oh, und ihr seht es. Oh. Ihr seht es in 720p sehe ich gerade. Dann, ich stelle es eh um. Weil ich habe es auf 720p natürlich aufgenommen. Werde es jetzt aber natürlich auf, äh, auf Full HD spielen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt seht. Ja. Ähm, und ich muss gucken, ob die, ja, Änderungen annehmen. Dankeschön. So, jetzt müsst ihr eigentlich umschalten. Jawoll. Jetzt hoffe ich mal, dass das, ähm, mit der Facecam hinhaut. Ansonsten muss ich die verschieben. Aber in jedem Fall, ich gucke gerade mal. Was schreibt ihr denn da hier? So. Ah, Mensch. Die Mad Alice ist da. Hallo. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Ich gucke gerade, was ihr so schreibt. Nanananananananananananananana. Nanananananananananana. Christoph. So, dann schreibt hier noch der Tobi Horst. Batman. Ja auch. Ja. Okay. Alles klar. Schön, dass ihr da seid. Sieben Leute gucken mir zu. Ich werde jetzt das Spiel einfach mal fortsetzen. Ähm, für alle die meine, ähm... Ja, Steam Cloud Anyway. Genau, das möchte ich gerne. Ja, das möchte ich. Ähm, und dann hoffe ich, dass ihr genauso wie ich viel Spaß im Spiel habt. Ich kenne es ja nun schon ein Stückchen weit, deswegen werde ich mich noch nicht so erschrecken. Aber... Ich... Wo bin ich? Achso, okay. Okay. Boah, warum guckelt das so? Boah, 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 boah. Sollte es eigentlich nicht tun. Ähm... Ja, öffnen ist immer gut. Ja. Öffnen und ich springe. Ffff... Warum... ruckelt das so? Grafik. V-Sync an. Erweiterte Optionen. Äh, hör mal. Die Kanten da doch. Ups. Ich hab's schon... Was? Ich hab's schon runtergedreht hier. Was soll denn hier? Das ist eine Goodray-Qualität. Öh. Ich hoffe, er fängt sich wieder. Ich... Ich... Ich skippe mal kurz raus und gucke, ob ich noch irgendwas ausschalten kann. So. Ja. Was? Was? Ich glaube, ich mach mal Skype aus. Skype frisst immer ganz schön viel. Ähm... Power. Aber generell finde ich auch, dass Alan Wake sehr, äh... Unflüssig im Gegensatz zu der Xbox-Version läuft. So. Und ich hab ja nur schon alles ziemlich runtergedreht. Habt ihr ja gesehen. Baaah. Es ist hell. So. Okay. Okay. Wo war ich? Ich war irgendwie kurz vor dem Endkampf, wenn ich mich nicht ganz irre. Mal gucken, wo's hier weitergeht. Komm ich von hier? Warum muss ich hier lang? Ist Weibsvolk anwesend? Äh. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich glaube, ich kam von da. Und dann hier rum. Dann war ich ja bei der Tankstelle. Baaah. Genau. Ist die Straße? Krieg ich... Ich muss gerade mal überlegen, wie das hier alles war. Baaah. Alter. Da fängt schon wieder an. Das Alter. Ihr könnt übrigens gerne ein Trinkspiel spielen. Jedes Mal, wenn ich Alter sag, müsst ihr einen heben. Glaubt mir, ihr werdet innerhalb der nächsten Stunde selber betrunken sein. Ich werde gleich noch wahrscheinlich ein Mal sterben, weil ich hier in den Kampf komme. Das meine ich. Oder ich drei. Shit. Uuuuuh. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Mach mir in Ruhe. Warte, ist ausweichen. Warte, ist ausweichen. Alter. Alter. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich ausweiche. Das war irgendwie... Ja, das hat nicht funktioniert, wie ich das wollte. Das ist springen. Das ist laufen. Hä? Kannst du das aufmachen? Das möchte ich gerne. Das ist nicht ausweichen. Das ist springen. Hä? Ja, ja, bla, 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 bla. Vogel hier links. Tschüss, Vogel. Nichts, ich habe irgendwo... Leuchtpistole. Ich versuch's einfach mal bei der Leuchtpistole. Obwohl, nee. Doch nicht Leuchtpistole. Wo ist der dritte, wo ist der dritte, wo ist der dritte? So. Mein lieber Freund. So, aber hier waren wir überall schon mal. Das kennt der eine oder andere, der mein Let's Play dazu gesehen hat. Hier waren wir schon mal. Ich stand da drin und da läuft eine sehr lustige Sendung. So ein bisschen wie Twilight Zone. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Es ist definitiv zu empfehlen. Es ist sehr lustig, sich das anzugucken. Da fiel allerdings meine Facecam nebenbei aus. Also, ähm, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. So, mal hier noch alles mitnehmen. Und ich werde mich richtig dusselig anstellen, weil ich total aus der Steuerung raus bin. Aber das ist mir egal. Und euch sicherlich auch. Ihr freut euch, wenn ich sterbe. So, bevor es da reingeht zum fulminanten Endkampf, gucke ich nochmal kurz in den Chat. Disco ist auch da. Hallo, Disco. Hallo. JJ ist auch da. Hallo, JJ. Du benimmst dich wieder sehr daneben. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm. So, okay. Alles supergeil. Alla, spring da rüber. Bist du zu dumm? Ja, doch. Hö. Und hier ist eine Seite, die ich mit A aufnehmen wollte, aber nur mit B habe. So, und wir gucken uns, hören uns die Seite natürlich an. The Cabin on Cauldron Lake? She asked. The Sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She thinks I was lying or crazy. She blocked me up. And she wouldn't help me find Alice. Er fällt mir übrigens ein, ich mache hier mal kurz auf dem Laptop noch meinen Twitter nebenbei an. Äh, seid dazu eingeladen, auf Twitter ein bisschen zu pronouncen, dass ich, äh, streame. Ich kann, äh, mal ein bisschen Zuschauer gebrauchen. Wo ist denn hier mein Twitter? Da ist es. Wie viele Zuschauer haben wir denn gerade? Sieben. Und fortsetzen. So. Jetzt wird es sehr lustig. Jetzt kommt irgendwie ein Endkampf und ich hoffe mal, dass mein Rechner hält es durch. Wieso habe ich eigentlich gerade das Gewehr in der Hand? Das geht doch nicht gut aus. Die Tankstelle erreichen. Ja, ja, ja. Das fängt doch schon so gut an hier. Oh, wow. Oh, wow. Ja, komm jetzt hier. Möchte ich das bitte nicht? Wow, wow. Ah, scheiße. Komm hier nicht weg. Ach, komm, komm weg. Lauf doch da weg. Ich häng hier fest. Ich glaube es nicht. Ich häng hier irgendwie fest. Ach, komm, wirklich? Ah, dann komm her, Bastard. Ich komme hier nicht raus. Wie lächerlich das ist. Ja. Noch irgendwo einer? Ich töte mich. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie lächerlich das ist. Jetzt habe ich ihn besiegt und komme ich nicht weg. Puh, ist das dumm. Ist das dumm. Mach doch was. Mach doch was. Scheiße. Oh, wirklich ey. Bla, bla, bla. Mr. Freeman. Diesen unglaublich spannenden Kampf gerade noch mal machen. Ja. Freunde der Sonne. Oh, what? Oh, das ruht der Gott sei Dank gar nicht. Ich freue mich, dass das nicht ruckelt. Ach, komm. Woher soll ich denn wissen, dass da einer kommt, ey? Ach, ehrlich? Da hat man den Kampf schon mal geschafft und dann sowas. Außerdem ruckelt es gerade extrem und es nervt mich tierisch. Ich weiß nicht, warum es ruckelt. Ähm, nom, 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 nom. Optionen. Grafik. Auflösung, Vollbild, Fausung. Vorbild, dann habt ihr T-Ring, aber ich versuch's trotzdem mal. Mehr erweitert Optionen. Ist so neu. Ich hab's schon so niedrig gemacht irgendwie. Ist lächerlich. Mal einen runter. So. Hallo? Wiegt ihr sich? Okay, sehr gut. Räuft, ein bisschen flüssiger. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, komm, ich kenn das, was du da erzählst. Hättest du ein bisschen an wie ein Joker. Penis. Ah, fuck you, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Wirklich. Ach, wirklich? Jetzt fällt dir da ein, dass du nachladen sollst. Ja, die brauchen wir. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Wurst? Na? Kurzer Prozess. Ducky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Ähm, ja. Ja, hier will ich jetzt nicht runterfallen, um nochmal nachzuladen. Gas station. Hier lang vielleicht? Zur gas station. Nein. Bin jetzt total bedeppert. Orientierungslos im Wald. Eine neue Episode von Chris. Ach, da hinten ist das Licht. Da geht's bestimmt. Low forest. Hm, vielleicht doch nicht. Komme ich von hier? Nein. Tue ich nicht. Oh, wait. Öffnen. 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 Nehmen. Ach, benutzen. Okay. Dann nehmen wir halt den Schalter und benutzen. Benutz die Hand mit Schalter. What? Das sieht aus wie eine Gas station. Oh, so viel Licht. Ja. Das ist aber schön.